Ja Leute, was geht ab und damit herzlich kommen zu einem neuen Video auf den meinen Kanal. Wir spielen heute eine entspannte Solo-Runde. Was heißt entspannt? Ich darf nur blaue Waffen aufsammeln. Wir werden eine Runde spielen und versuchen 5k zu machen. Viel Spaß. Klar, mit Piste, Leute. Wenigstens. Und neue Brune haben wir auch schon. Schau, wie hier noch mal was. Blau ist doch gar nicht so schwer. Ich dachte, wir hätten, keine Ahnung, lila oder so. Also ich habe mir eben, es ist genauso gesielt. Und, ja, jetzt habe ich den, keine Ahnung, was ich finde. Und hier ist, keine Ahnung, naja, aber wir, also ich hoffe, wir finden jetzt noch eine blaue Waffe. Ich drehe das Video heute auf. Äh, ich nehme das Video heute auf. Es ist schon sehr spät, deswegen muss ich es leider morgen, ähm, hochladen. Und, ihr werdet es ja wahrscheinlich übermorgen sehen oder, keine Ahnung, morgen schon, abends. Weiß nicht. Ah, ne, na, jetzt dürfen wir auch nicht nehmen. Netzern wir viele, das ist richtig gut. Sehr praktisch. Und, ja, wir waren diesmal gar nicht viele. Ich habe noch gar keinen gesehen. Nur ein paar Gegner-Falten, aber... Ich glaube, sie sind schon weg einfach. Ah, hier war schon jemand, Leute. Kann man hier runter? Ja, okay. Aber ich muss Gegner kennen. Fünf kills Wochen, ja? Vielleicht haben die blauen Wurz. Also. Okay, wartet, wartet, wartet. Alter, da sieht man, dass ich Pistolen-Amm habe. Und, da sieht man, dass er ein kompletter Sweater ist. Oh, scheiße, scheiße. Nein, nein, nein. Bleib stehen, Kamerade. Du Arsch, ich pushe den. Das ist so ein mächtiger Arsch. Wieso haut der denn ab? Oh. Kleiner 31er. Oh, okay. Er ist kein 31er. Sorry, was ich gesagt habe. Als ob das war ein anderer. Ach, komm, Leute. Noch eine Runde. Nur blauen Lut. Oder lasst uns runtersteigen. Nein, nein, nein. Leute, nein, wir bleiben bei blauen Lut. Auf jeden Fall. Okay. Ich habe eben ein bisschen schon aufgenommen, aber das werde ich nicht hochladen. Deswegen bin ich jetzt schon bei Auswahl. Also, jetzt habe ich schon blauen Skin, meine ich. Aber, naja, ist egal. Alter, ich habe den einen so One-Shot gemacht. In der Luft sogar noch einen One-Shot-Hit gegeben. Diesen Brutus. Das heißt, diese Katze hat diesen Brutus auch gekillt. Na ja, na ja, na ja, na ja. Okay, ähm. Okay, das ist die Mistex. Okay, das ist die Mistex. Ich werde direkt auf Gegner pushen. Direkt eine blaue Sache und direkt. Außer hier ist er auf Abadäse. Blaue Sache und direkt Gegner pushen. Let's go, Alter. Ey. Aber da müssen wir auch... Okay, gut. Hier landen wir. Oder? Ja, gut. Ich weiß nicht, ob es bei dem gut bleibt, aber... Gut. Ah, shit. Oh, Munition. Da lag was blaues eben. Ich glaube, das waren nur Nades oder so. Diese blauen Bewegungs-Nades. So, oder... Brüder. Brüderlich. 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 Komm, macht Ehre. Ey, wenn die ihn kennen. Schaut's komplett aus, Brüder. Und die Brüder gehen ja immer zu einem, wenn die gefehlt werden. Also, wenn die von selbst sterben. Ich hoffe, die kommen nicht mehr. Ein ganz schön doller. Boah, so. Das ist ja leider nichtbar. Ähm... Oh, ne Mega-Munitionsgeschichte. Also, sind Muni und Metz. Also, Metz nicht, aber Muni. Können Fortnite. Ja, okay. Aber Leute, die übrigens, was ich euch noch nicht gesagt hab, Pistol darf man nehmen. Im Fall, das ist erst jetzt sage ich. Aber Pistol darf man nehmen. Weil sonst wär's ja übel und fair. Weil ich find einfach nichts blaues. Also, nur wenn man nichts findet, würde ich nicht. Bis der darf man nur nehmen, wenn man nichts hat. Und jetzt hab ich nichts. Und diese Piste braucht nicht. Alter, Leute, zieh euch mal, wie viel Muni wir haben. Wirklich. Unnormal. Und lauer Sachen kriegen wir nicht. Ehrenfortneut, Ehrenfortneut. Hier ist auch... Ich bin voll. Alles, natürlich. Aber ich krieg nur diese goldene Piste. Also, ich hab ganz gutes Piste-Aim. Aber... trotzdem nichts. Nein, ist das so blauer Air oder blauer Deckwickler? Ich mag auch, aber... Hab ich natürlich nicht. Bitte, irgendwas Blaues. Hier ist irgendwo eine Kiste. Und zwar nicht. Bitte, hier ist ein Gegner mit blauen Waffen, der richtig los ist. Das wär jetzt mal so richtig. Oh, das ist eine blaue Piste. Oh, Mann. Ich dachte, blauer Air oder whatever. Das ist nur blaue Piste. Aber ich muss jetzt leider goldene wegwerfen, denn es ist was Blaues. Ich bleib ehrenhaft. Ich mach nicht die unehrenhafte Schummelbasis. Alter, ich hab so viel Muni. Zieht euch rein. Aber nichts Blaues. Ich hab auch zwei Mapkits. Alles GD-Shits. Ich hab... Alles GD-Shits. Aber nichts Blaues. Ich hätte dabei wird's auch bleiben also... Das wäre nicht jetzt nichts Blaues. Alter, yes! Yes, Alter, yes! Let's go! Oh, schmackert. nicht so viel nicht so mal dann habe ich wirklich gewonnen also heute 5 Ketten aber nicht mehr nicht mehr was das kommt ich bin mir nicht sicher aber ich glaube ich hab da gerade einen Gegner gesehen die blaue MP rettet immer wieder mein Leben, diese blaue MP rettet gerade mein Leben, weil ich benutze jetzt einfach Pistol als Eier und let's go, guckt euch, alter, das sieht schon schmackhaft aus, so an die blauen Waffen schau doch bei ihrem Bruder Momax vorbei, macht echt krasse Videos und er hat seine 100 aus, ähm, bekommt, so ich schaffte er so 110 Amos, weiß nicht, so auf eine Null zu bringen, auf eine nächste Null zu bringen so, das ist so nice, oh, ich nehme den, glaube ich, mal mit, den ist gar nicht so schlecht ah, sogar noch mehr Fortnite und dann habe ich meine blaue Sachen nochmal in dem Fall oh, Leute, das geht noch ja, wenn ich jetzt einmal treffe, nur einmal vorbei aber nein wär auch zu krank Moni verschwendet, aber, Leute, guck mal auf meine Moni ich glaube, die werde ich nicht so schnell verschwenden Gegner das ist noch der ist sogar noch mehr in dem ich hab 300 Kids heute vorne künzt ich muss mal los, der ist raus, noch vor mehr ich habe ich gerade auch ganz schön viel ja jetzt habe ich ganz schön viel holz durch die palette ist auch immer noch keine blaue aber schon wieder eine mega munitionsküste zieht euch die muni rein bitte bitte von der gönnend nicht mehr naja aber doch von der gönnend schon gerade blauer R und von der bestes spiel der welt jetzt brauchen wir noch ein paar gegner in den nahkampf und vorbei dann ist wirklich vorbei ich glaube nicht aber irgendwie auch schon schade ich dachte das war eine blaue R ich feiere diese pegs irgendwie im moment ganz schön ich hab die jetzt heute einmal ausprobiert ich feiere die einfach und die sind auch noch in nächster zone wie soll wir vorne halt denn eigentlich noch können vorne halt ja nie aber jetzt schon das so eher noch guckt euch meine fucking muni an schade mit der erf und vorne nicht aber der muni und dem russ schon ganz schön knacks nicht im ernst nicht im ernst ey Leute ich bin jetzt so ich zieh durch einfach ich bin kein ich bin nicht so ein typ der jetzt einfach aufgibt obwohl das einfach eine goldene auge aus einer norme die chest ist ich würde die jetzt so gerne aufheben und challenge abbrechen aber Leute ich bin vollkommen nur mit dir das tut so weh das tut so weh wieso kann man die nicht man kann sie ja upgraden wieso kann man die nicht dann nicht unter upgraden das ist schon was ich meine jetzt noch eine jetzt wenn ich den kriege wenn ich den kriege dann ist sniper ich bin am arsch Leute ich will mir diese auge so gerne nehmen komm jetzt für diesen schützer Leute lasst uns richtig ehrenhaft sein und nur für diesen gegner diese auge nehmen komm nur für diesen gegner ich schwöre danach wenn ich den kriege lege ich direkt wieder die ich sehe ihn ja nicht mal gerade ist der da noch beim holz ich bin schuldig mich ja schon oh mein gott headshot und zeigt sich voll obwohl bot ist er ja nicht alter ist white dieser auge ist zu stark alter von der seite ich kann die auge jetzt nicht mal weglegen fettes sorry fettes fettes wahrscheinlich egal leute das war es mit dem video bis zum nächsten mal ich b wie